Was geht ab, FanPrimus Family? Heute wieder mit einem Stadion-Vlog. Heute geht es wieder in die Hauptstadt, zur alten Dame der Hertha. Ich fahre gerade auf dem Roller, deswegen sieht das hier so aus, dass alles an mir vorbeizischt. Ich kann es kaum erwarten, gestern war ich ja beim absoluten Knaller-Knaller-Derby. Könnt ihr oben rechts euch anschauen. Wenn ihr Lust habt, guckt euch das gerne an. Wenn ihr Bock auf Derbys habt, das war für mich eines der geilsten Derbys, die ich jemals gesehen habe. Und jetzt fahre ich wieder nach Berlin. Wir haben 5 Uhr 20. 5 Uhr 20 haben wir. Und ich fahre schon wieder los. Ich wollte heute sehr, sehr früh in Berlin sein, weil ich will ganz entspannt was frühstücken, mega entspannt alles angehen. Und von daher bin ich jetzt schon unterwegs. Mein Zug kommt irgendwie um 6.30 Uhr. Da bin ich um 8 Uhr in Berlin. Und dann geht es heute wirklich ab in Berlin mit Paul Dardai. Und zwar Hertha gegen Werder Bremen. Das wird ein sehr krasses Spiel. Ich habe jetzt schon Gänsehaut, wenn ich überlege, dass das Olympiastadion voll sein wird. Guten Morgen Berlin. Ich bin wieder in der Hauptstadt, Leute. Ich bin endlich da. Es ist 8 Uhr morgen. Es ist schon so warm. Das wird heute so ein geiler Tag. Das wird einfach geil. Ja. Also, ich geh jetzt erstmal frühstücken. Ich nehme euch natürlich mit. Ich suche mir kurz einen Roller. Ich fahre mit denen irgendwo zu einem richtig coolen künstlichen Location. Und dann schauen wir mal, was wir bis zum Spiel machen, wen wir treffen und so weiter und so fort. Jetzt mal wirklich ernsthaft. Wie krass ist denn bitte das Wetter heute in Berlin? Also, das ist doch der Wahnsinn. Einfach mega geil hier. Guckt euch das an. Es ist einfach super warm. Ich kann hier locker ohne Jacke rumlaufen. Also, wirklich mega krass hinter mir der Berliner Hauptbahnhof. Ihr wisst es, ich liebe diesen Hauptbahnhof. Ist einfach immer perfekt. Das ist hier eine meiner Lieblingsstraßen in Berlin. Hier gibt es so kleine Cafés rechts und links. Unter den Linden. Richtig nice. Und was auch derbe nice ist, ist einfach dieser Blick hier zum Brandenburger Tor. Einfach, das ist für mich so eins der bekanntesten Wahrzeichen, die es überhaupt gibt, dieses Brandenburger Tor. Und hier werde ich jetzt irgendwo frühstücken. Ich muss mal gucken, wo es was geiles gibt. Schaut euch das leckere Frühstück einmal an. Hier irgendwie so ein Laugenzopf mit Pute und so weiter. Dann natürlich ein Cheesecake americano. Feinste Art. Und einen großen Vanillalatte. Mega geil. Das alles hier neben dem Brandenburger Tor. Guckt euch das mal an. Wie süß ist das denn bitte? Bevor wir zum Stadion gehen, machen wir mal wieder ein bisschen den Touri. Die Berliner Siegessäule ist da. So. Schaut euch an, wie schön es goldig glänzt oben. Wenn man dort weiterfährt, also in die Richtung, dann kommt man zum Hertha-Fan-Marsch. Ich gehe jetzt aber erstmal zur Siegessäule und muss hier irgendwie den Tunnel da lang gehen. Irgendwie ist mir das hier. Tunnel zur Siegessäule. Sehr komisch. Hm. Was sagt ihr? Ja oder nein? Okay, alles entspannt. Der Tunnel ist mega beleuchtet. Easy. Oh, das muss ich euch zeigen. Das sieht geil aus. Guckt mal hier. Treppen hoch. Und wir sind da. So, wir gehen jetzt einmal auf die Siegessäule oben drauf. So sieht das hier aus. So ein kleines Museum. Sehr schön gemacht. Hier mit dem Reichstaggebäude. Hier mit dem Brandenburger Tor. So, schaut euch das mal an. Fall aus der Puste. Das ist alles so innen hier. Wahnsinn. Das geht bis nach oben. Ich kann nicht mehr. Das ist so hoch. Wahnsinn. Wir sind über den Dächern von Berlin. Schaut euch das an. Dort hinten sieht man das Olympiastadion, wo ich gleich hingehe. Sehr nice. Schaut mal hier oben. Da sind wir der Statue ganz nah. Ich mache mal einen Rundumblick mit euch. So, hier geht es einmal so rum. Auf der Seite könnt ihr das Brandenburger Tor. So, hier können wir von Alex alles mögliche sehen. Da ist das Sony Center. Und es ist verdammt. Schaut euch das an. Krass. Zum Beweis, ich bin wirklich da. Man arbeitet nicht voll. Schaut euch an. Das Fazit von mir. Wer auf diese Siegesselle da oben rauf will. Das sieht von unten sehr, sehr klein aus. Aber ich sage euch, Sauerstoffzellen, zwei Stück. Plus noch irgendwie drei, vier Leute, falls man umkippt. Das ist der Wahnsinn. Ich bin klitschnass. Ich bin klitschnass. Ich war einmal kurz oben. Das nimmt kein Ende. Aber es war sehr schön. Und jetzt gehen wir, ich glaube, zum Hertha-Fanmarsch. Ich will mal gucken, was da passiert. Leute, guckt euch das an. Das geht so ab, ihr Wahnsinn. Wahnsinn. Guckt euch das einfach an. Das ist einfach krass. Was hier abgeht mit den Fans. Also hier geht es so ab. Das ist der Wahnsinn. Alles blau. Ich bin hier voll im Smog. Hier ist alles voll. Wahnsinn. Crazy. So Leute, nachdem wir jetzt die Hertha-Fans gesehen haben, wie die hier wirklich für die Mannschaft brennen, da sind, den Sieg wollen, gehe ich jetzt langsam zum Stadion. Ich spaziere da hin. Ist nicht weit weg. Wir kommen jetzt mal ein bisschen zu den Facts. Also, wie gesagt, die Hertha-Fans marschieren jetzt auch gleich zum Stadion. Ich wollte da jetzt auch nicht zu viel filmen, weil die sollen da ihre Ruhe haben. Auf jeden Fall spielt heute der Tabellenletzte, Hertha BSC, gegen Werder Bremen. Werder Bremen kommt als Tabellenzwölfter hierher. Und was richtig krass ist, Werder hat in den letzten fünf Spielen nicht ein Spiel gewonnen. Also, die haben wirklich nicht ein Spiel gewonnen. Hertha ist definitiv im Zugzwang. Ich glaube, Bremen kann weder nach oben nach unten. Die sind so ein bisschen im Mittelfeld geblieben. Ich glaube aber, dass Hertha heute mit dem neuen Trainer Paul Dardai, mit der Legende aus Berlin, wie man immer so schön sagt, heute auf jeden Fall einen Sieg holen wird. Vor allen Dingen auch, weil ich wieder da bin. Deswegen glaube ich heute an ein 3-1 für Hertha BSC. Das ist mein Tipp für heute, wobei man Bremen auf jeden Fall nicht unterschätzen sollte. Und was auch, glaube ich, richtig krass heute wird, sind die Bremen-Fans, die halt auch 30.000 Leute herkommen. Also, es sollen 30.000 Werder-Fans ins Stadion kommen. Das wird Wahnsinn. Also, ich glaube, das wird heute richtig knallen und es ist ausverkauft. Alles perfekt für ein geiles Fußballspiel. Es ist immer wieder geil, hier wirklich da zu sein. Für mich, wie gesagt, schönste Stadion von außen. Schaut mal, wer hier ist. Dopes'n Mopes'n und so. Hau raus, Bro. Schwierig. Hau raus. Ganz ehrlich, du weißt, ich habe 5 Milliarden Viewer. Das, was du jetzt sagst, geht in die Geschichte ein. Ja, komm, dann machen wir einfach mal ein dreckiges 2-1. Gut, ich habe ja 3-1 getippt. Dann passt das doch. Dann machen sie ein 5-2 draus und dann passt das. Ah, noch besser. Dann noch besser. Guck mal hier. Erst Herthana durch und durch. Aber ohne Scheiß. Komm mit drauf. Ich brauche einfach diese geilen Hertha-Fans hier. So, was sagst du? Tipp, Tipp. Achso, ne. Oh, ne. 3-1. 3-1 hab ich gezogen. Ja, gut. Dann passt das. Was sagst du? Wir müssen 3-1. Alle 3-1 kommen. Er macht Video, Digga. Er macht Video die ganze Zeit. Schaut euch das an. Da ist der Fanmarsch von Hertha. Die sind einfach alle maximal gehypt. Die wollen heute gewinnen. Und das finde ich wirklich richtig geil. Alle Atana draußen sind mir scheiße. Weil ihr glaubt oder nicht. Also echt glaubt an diesen Scheißwein. Piep. Achso. Glaubt an ihn. Ich dachte eben er sagt glaubt nicht an den Fall. Deswegen hab ich schon mal Piep gemacht. Also glaubt an diesen Scheißwein. Und glaubt an Fanprimers. Und an Fanprimers. Und wer das sieht. Abonniert ihn. Und abonniert die Glocke. Macht die Glocke. Fertig. Und dann. Er ist der geilste. Der geilste Typ der Welt. Und rasiert ihn. Aber guck. Wir haben fast den gleichen Bart. Nur andere Farbe. Ah. Sieht man jetzt noch so nicht. Können fast wie Brüder durchgehen. Ich trag gar nichts. Ich hab dich noch nie mit Haaren gesehen. Zeig doch mal kurz. Ne. Oh einmal. Komm. Komm. Nein. Wird nicht passen. Nur für Härter. Wenn du Harde zeigst, wird Härter gewinnen. Zeigst du Harde? Dann wird er bricht. Ich bin wieder ohne Probleme reingekommen. Sehr gut. Ich werde mir jetzt vielleicht noch mal kurz was zu essen holen. Noch was zu trinken. Und dann geht es auch schon rein. Also ich muss sagen, ich finde es schon sehr krass, wie viele Bremer Fans hier eigentlich am Start sind. Wie gesagt, jetzt schon hier. Ich will gar nicht sehen, wie der Gästeblock mit 30.000 aussieht. Aber ja, es ist schon sehr grün hier. Let's go inside. Wirklich. Also punktgenau mit Linie. Ich habe hier. Ich habe die Ostkurve im Blick. Ich habe das Spielfeld im Blick. Ich habe die Werderkurve im Blick. Ich habe einfach alles im Blick. Und ich sitze hier oben. Also richtig cool. Gute Plätze auf jeden Fall. Und ich werde euch heute ein richtig geiles Ding hier blocken. Das wird geil. Aber ich glaube, Bremen wird wirklich voll sein. Im Gästeblock. Ich sehe hier so viel Grün. Das ist Wahnsinn. Und ich sehe gerade, dass die Mannschaft anbaut. So. Jetzt kommen die Bremenkeeper auf den Platz. Und hört euch das mal an. So. Die Ostkurve ist leider immer noch leer. Ich glaube, die werden wirklich bis 15 Minuten vor Ende warten, bis sie reinkommen. Sehr, sehr schade, dass es gerade ein bisschen Krach gibt zwischen Fans und Mannschaft. Auf der anderen Seite dafür ein krass voller Werderblock. Und die Mannschaft kommt auf den Platz. Wird es diese Mannschaft heute schaffen, drei Punkte zu holen? Krass! Krass! Ich hoffe es. Ich hoffe es für Hertha. Ich hoffe es für Berlin. Und ich hoffe es für die Fans natürlich, die absolut erstligareif sind. Krasse Stimmung aus dem Gästeblock. Da geht es schon richtig ab. Alter, was ist denn hier los, ey? Diese ganze Tribüne ist voller Bremer. Der komplette Gästeblock ist voller Bremer. Aber das geht bis fast zur Hauptbühne. Wahnsinn. Also das ist schon wirklich Wahnsinn, was Werder Bremen hier in Berlin macht. Mit ihren ganzen Fans. Aber es ist hier rappelvoll. Und die Ostkurve ist leider immer noch nicht da. Ich hoffe so sehr, dass sie wirklich vor Spielbeginn kommt. So, beide Mannschaften gehen jetzt wieder in die Kabinen. Beide haben sich genug aufgewärmt. Und jetzt schauen wir mal, was hier gleich passiert. Und ob die Ostkurve hier noch ins Stadion kommt. Die Ostkurve kommt jetzt rein. Die Ostkurve kommt jetzt rein. Sie kommt. Die Ostkurve kommt jetzt rein. Du kannst sagen, was du willst. Das ist brutal! So, jetzt geht es auch endlich los hier in Berlin. Die Schals werden geschwenkt für die Mannschaft. Es ist einfach mal ausverkauft, das ist so geil. Und das, was heute passiert, tun wir für uns, für unseren Club. Und natürlich sind wir jetzt auch irgendwie karkarisch, würde ich. Also, vor allem in der Fritzung für unseren Club, alle zusammen. Und nun macht euch bei vom Club, macht euch bei für unseren Club. So, jetzt geht es los. Bundesliga Hertha gegen Bremen. Nur nach Hause, nur nach Hause, gebe nicht. Nur nach Hause, nur nach Hause, nur nach Hause, gebe nicht. Nur nach Hause, nur nach Hause, gebe nicht. Nur nach Hause, nur nach Hause, nur nach Hause, gebe nicht. Let's go, Lohaner. Das ist schon die erste Chance für Hertha. Schade. Und die Ostkorn ist da, Leute. Oh, die Stimmung ist der absolute Wahnsinn hier in Berlin. Das 1 zu 0 für Werder Bremen in der zweiten Spielminute. Es ist einfach unglaublich, was diese Saison hier passiert in Berlin. Siebte Minute 1 für Werder Bremen. Die Ostkurve fordert Kämpfen und Siegen und steht einfach immer noch hinter der Mannschaft. Großer Respekt. Großer Respekt. Bisher gibt es keinen Paul-Dardai-Effekt leider. Der Trainerwechsel hat bisher gar nichts gebracht. Die Mannschaft spielt einfach immer noch, leider wie eine Zweitligamannschaft. Also für die Ostkurve tut es mir wirklich sehr leid, was hier passiert auf dem Platz. Die sind einfach wirklich absolut erstligareif. Also bei Hertha passt einfach hinten und vorne gar nichts. Das ist so schade. Da fällt fast 2 zu 0 für Werder Bremen. Ich sag's noch, bei Berlin passt hinten und vorne nichts. Alter, fast das 3 zu 0 für Werder Bremen. Alter, was ist denn hier los? Ist das hier ein Heimspiel oder was? Also was hier passiert gerade im Olympiastadion ist der Wahnsinn. Ich muss leider sagen, die Hoffnung stirbt zuletzt. Aber ich weiß gar nicht, ob es hier überhaupt noch Hoffnung gibt für Hertha. Es steht 2 zu 0 für Bremen. Bremen nutzt reiskaltige Chancen. Hertha hat keine Chancen. Und so wie das aussieht, wird Hertha nächste Saison leider, leider. Polen Liga 2 gehen. Mir tut das mega leid für die Fans. Wir sind absolut Champions League reif und nicht Ersten Liga. Es tut mir sehr leid, aber ich werde auch in der 2. Liga für euch vloggen. Werde ich machen. Aber gut, wie gesagt, die Hoffnung stirbt zuletzt. Aber wenn ich mir das anschaue, wie Hertha hier spielt, habe ich persönlich keine Hoffnung mehr, leider. So, 45 Minuten hat Hertha jetzt noch Zeit, das Spiel zu drehen. Ich sage euch, wenn Hertha dieses Spiel verliert, glaube ich, war es das für Hertha. Das ist immer wieder schön zu sehen. Aber das ist auch das einzig Schöne hier gerade bei Hertha. Jetzt gleich die Chance in Berlin. Boah, schade. Boah, ist das die Chance in Werder? Das ist unglaublich. Das ist eine Brechheit, was Hertha dort auf dem Platz macht. Im blühen, weißen, fleißigen Keks. Drei Torschüsse, drei Tore. Das kann wirklich langsam nicht mehr wahr sein. Also man muss hier auch mal wirklich mal einen großen Respekt an die Bremen-Fans aussprechen. Krasse Stimmung hier im Olympiastadion. Wie viele hier sind. Das ist Wahnsinn, wirklich. Großer Respekt. Das ist so unfassbar, wie leicht man durch diese Abwehr durchlaufen kann. Ist das vielleicht die Chance? Oh mein Gott, oh mein Gott. Jo, das wird heute den Schützenfest. Und das wird, glaube ich, heute das letzte Spiel der Ostturbel dieser Saison. Und der Auswärtsblock dreht komplett durch hier. Und der Auswärtsblock dreht komplett durch hier. Jawohl! Na endlich! 4 zu 1 Leute. Hertha macht den Anschlussknüppern. Wahnsinn! 25.000 Bremer. Ich glaube, das ist auch eine ganz kleine Botschaft der Fans. Ja! Sie sind so. 41.000 Euro! Kim! Sie sind so. Schafft Hertha hier noch das Unmögliche? Schafft es Hertha hier noch mal am Spiel zurückzukommen? Wir haben es gemacht! 4 zu 2! Jetzt wird es vielleicht doch noch mal spannend hier! 4-4! Oha, Bremen zündet! Grüner Rauch kommt aus dem Gästeblock! Die letzten Sekunden laufen hier im Olympiastadion! Werder Bremen wird hier das Spiel gewinnen in Berlin! Und die Hertha somit noch tiefer und tiefer in die Krise schießen! Und hiermit pfeift der Schiri das Spiel ab! Werder Bremen gewinnt in Berlin 4 zu 2! Ich bin raus aus dem Stadion! Hinter mir ist das Berlin Olympiastadion! Schwierige Zeit hier in Berlin! Keine Ahnung wie es hier weiter geht! Aber diese Niederlage war nicht verdient! Aber weil Bremen auch einfach nicht gut war! Aber Bremen hat deren Chancen genutzt und hat das Ding gewonnen! So einfaches Fußball! Mir tut es mega leid für die Katta-Fans! Die sind absolut erstligareif! Die sind einfach grandios! Krass! Aber es stimmt einfach nicht zwischen dem! Zwischen der Power, die auf die Merengen gegeben wird! Und der Power, die auf dem Platz passiert! Da sind meilenweit Welten zwischen... Ja, was soll ich sagen! Wir sehen uns beim nächsten Stadion-Doc! Bitte abonnieren, liken, kommentieren! Und... See ya! Beim nächsten Stadion-Glub 3! Ja, es ist gut, bye-bye!